Heute ein kleines Special auf besonderen Wunsch meiner Schüler, nämlich ein paar Sachen wie du mit den Ergebnissen aus den ersten Semestern deinen Abischnitt berechnen kannst. Achtung, das kann in jedem Bundesland ein bisschen anders aussehen, auch wenn es zu den Grobvereinbarungen Kultusministerkonferenzbeschlüsse gibt. Deswegen, das was ich hier erzähle gilt für Hamburg. Ich weiß, dass die Punkte und der Notendurchschnitt für einige von euch von großer Bedeutung sind. Trotzdem ist es total wichtig, die jetzt in dieser Phase so kurz vor den Prüfungen nicht zu viel Gewicht nehmen zu lassen, weil jeder von euch wird jetzt im Moment das Beste, was er gerade kann, investieren. Vielleicht guckt ihr einfach mal, was kann es schlechtestenfalls sein, was kann es bestenfalls werden und dann legt ihr es auch wieder zu den Akten. Ihr seht auf der Abikladde, das ist diese tabellenartige Aufstellung von allen Punkten aus den Semestern. Hier ist so ein Beispiel. Einmal Fächer, die eingeklammert sind, das wäre ein Streichergebnis, die nachher nicht ins Abitur eingerechnet werden. Ihr seht so kleine Sternchen. Das sind die doppelt gewerteten Fächer. Das ist hier in Hamburg. Ein Kernfach, das erhöht schriftlich geprüft wird und das Profilgebende Fach, das doppelt gewertet wird und dann wird das nach der Formel, die unten auch aufgeschrieben ist, einmal sozusagen ausgerechnet und es kommen dann diese 483 Punkte, die ihr im Beispiel habt, in Block 1 raus. Und bei euch steht irgendetwas, es müssen mehr als 200 sein, sonst wärt ihr nicht zu den Prüfungen zugelassen und es können maximal 600 Punkte da rauskommen. Wenn ihr jetzt weiterschaut, das ist also das Ergebnis aus Block 1 und dann habt ihr im Block 2, Block 2 sind eure Prüfungsergebnisse, in der Regel die vier Prüfungsfächer. Hier in Hamburg gibt es noch eine besondere Lernleistung, die manche Schüler machen. Es ändert aber nichts an der Minimalpunktzahl oder der Maximalpunktzahl. Also minimal hat man im Block 2, wenn man durchgekommen ist durch das Abitur, 100 Punkte. Das ist einfach, wenn in jedem Fach, in jeder Prüfung, die ihr habt, 5 Punkte erreicht worden sind. Und ihr habt maximal 300 Punkte. Das erreicht man, wenn man in jedem Fach 15 Punkte hat. Und wenn ihr dann daneben, also ihr könnt im Prinzip ausrechnen, was schlechtestenfalls rauskommt. Nämlich, wenn ihr jetzt hier das Beispiel nehmt, 483. Mindestens kommen 100 Punkte dazu. Das wären also 583. Und dann seht ihr in der Tabelle nebenstehend sozusagen die Punkteverteilung. Das bedeutet, schlechtestenfalls würde bei diesem Block 1 Ergebnis 2,4 als Durchschnitt rauskommen. Bestenfalls würden in den Prüfungen jetzt 300 Punkte dazu kommen. Das heißt, wir würden bei 783 Punkten landen und bei 783 Punkten wäre es 1,3. So, das ist im Prinzip schon der ganze Zauber, den man dazu wissen kann. Das bedeutet, ihr könnt aus der Abikladde, so heißt das hier in Hamburg, diese Übersicht über eure vier Semester im Prinzip schon errechnen, was schlechtestenfalls und bestenfalls in euren Prüfungen rauskommt. Den einigen von euch wird das so ein bisschen Angst nehmen. Andere wird es vielleicht anspornen, sich nochmal reinzuknien, weil man noch echt was rausholen kann. In jedem Fall solltet ihr eigentlich jetzt in dieser heißen Phase, wie ich vorhin gesagt habe, alles jetzt einmal wieder wegschicken und euch auf eure Prüfungsfächer konzentrieren. Denn am Ende bekommt ihr die Noten für den guten Inhalt und nicht umgekehrt lernt sozusagen, weil ihr jetzt irgendeine bestimmte Note haben müsst. Wie immer bei rechtlichen Auskünften ohne Gewehr, aber nach bestem Wissen und Gewissen. Das heißt, ihr könnt jetzt schon so ein bisschen mit eurem Abischnitt spielen, aber ich empfehle euch, euch einfach mehr auf die Prüfung zu konzentrieren und euch nicht so eng zu machen. Wenn ihr jetzt reinhaut und euch gut vorbereitet, dann könnt ihr richtig was rausholen. Und dazu kommt es noch ein bisschen was rausholen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Thank you. chairmenassisten.